Ja, dann nehm ich dir zumindest ein 2-Bahn davon mit. Ja, aber das Scope kannst du hier oben drauf schrauben. Das Scope hab ich nicht. Boah, hier stehen überall Zombies rum, ey. Wo ist mein SKS? Ich krieg jetzt die Züge einfach mal leer und krieg ihn leer. Jaja, nehmt euch was ihr braucht. Ich werd mir jetzt hier schnappen, was ich kann. Die Arsgeier hocken wir hier vor dir. Willst du Muni haben für deine Mosin? Ja, also die Muni, ich hatte ja viel dabei. Ich hab noch 8 Schuss und er hat noch ganzen 20er Packen im Gepäck im Rucksack. Echt? Wie wird der 20er Packen nicht mehr angezeigt, weil ich den rausgenommen hab? Hä? Klick dir mal die 18 Schuss so hier hin. Gleich auftauchen. Ne, wir sind jetzt mit deinem Gepäck. Ah, ich hab sie aber. Ich gucke schon mit. Und im Rucksack unten in der zweiten Reihe, zweiter Platz und rechts. Ja, dann nehm ich doch die Mosin erstmal mit. Mal die Schachtel, gib sie dir so. Ich hab schon mal wieder ne Rohrzange, sodass ich mich verteidigen kann. Also ich hab hier grad auch 1000 Zombies in der Nähe. Aber guck mal, da liegt doch schon mal ne Mosin. Ne, es ist ne Schattgang. Aber auch gut. Flo, willst du das Scope haben? Das wär super. Wo ist mein Best-Hilfe-Kit hin? Gib doch noch deinen Füßen. So, neben der Schattgang-Lack. Komm mal hierher Flo, ich leg dir hier mal das Scope und die Muni noch hin. Ja. Neben der Schattgang-Lack erstmal leere Muni. Schattgang-Muni hab ich sonst noch. Kann dem zweifelsvoll auch meine Abgesichte dann geben. Flo, ich muss erstmal zu euch kommen, jetzt bleib mal ganz cool. So. So schnell wird das eh nix. Bis dahin hab ich auch vielleicht wieder ein, zwei Sachen. Flo, nicht aufschrecken jetzt, ey. Ich hab ne M4A1 gefunden. Vergiss es in die Pfoten weg. Ich weiß nicht, deine Knoche ist leer. Okay. Die hab ich gerade leer gemacht. Wollt noch mal einfach so ein bisschen, ne? Zombies anlocken und so. Ja, Flo, ich mein' mal. Wollen wir noch mal durchs Städtchen hüpfen oder Richtung Jovi an die Kiste runter? Was? Müsst ihr jetzt gucken, wie ihr da am besten handelt? Muss ich jetzt die Mosin wieder auf einen oder anderen Schnelltasten packen? Er guckt auch komischerweise, wenn ich in der Ego-Perspektive bin, nie durch das Fernrohr bei mir. Hä? Guck da immer dran vorbei. Okay. Das ist seltsam. So, erstmal 10 Stunden lang auf den Zombie einschlagen. Gibst du die rechte Maustaste kurz an? Gibst du die rechte Maustaste kurz an oder wie machst du das? Ne, ich halt die fest. Ne, einfach kurz antippen. Ganz kurz antippen. Ah! Mensch! Ne, oder? Ja, ich wusste das vorher nicht. Ich hab nie mit den Fernrohr gearbeitet. Ja, gut. Äh, was meinen wir? Ja, was meinst du? Wie ist das so? Lattoflex. Ja, verdammt. Guck mal. Ich hab mein Special-Zombie-Schreck mit zwei Schuss. Haben wir das ganze Polizeigebäude jetzt geschluckt? Ja, ne? Ja. Ja. Helle, ich möchte jetzt nicht großartig hier rumrehen. Ich versuche mich eben gerade ein bisschen, uh, zu equipen. Ja, helle. Ach, scheiße, warte mal. Komm mal mit. Die hat er nicht gern hier. Achso, das ist ein Raincoat. Den werde ich dann doch mal mitnehmen. Der ist zwar komplett im Arsch, aber was soll's. Moment mal da. Eben hier reingucken. Jupp. Oh, guck mal. Noch ein Scope. Ja, hier ist er. Kann ich einen hatten? Oder hast du noch... Ich hab schon. Jetzt hab ich keinen mehr, was er... Eben hatte ich noch. Genau. Du bin ich. Noch eine Axt. Ein Cowboy-Hut. Kommt auch geil mit dem Sniper. Ja, bam. Waaah. Warte mal, wenn... Wenn Yowie da noch liegen sollte... Scheiße, nur so leck. Jetzt hätt ich mir doch seine Klamotten genommen. Noch ausziehen können. Du sollst einfach mal wegstecken, du sollst eine Dose kriegen. Das sieht echt super aus. Hey, gut aufgesetzt. Alles gut aufgedacht. Ja, dann lass mal abdampfen, ja. Der nicht so viel Platz mit wegnehmen würde, wa? So, ich versuche jetzt noch schnell zur Feuerwache zu kommen, dass die anderen Häuser... Ja, wobei ich kann die eigentlich gar nicht beiseite, dass ich brauch schon was zu essen. Da, Schrotmoni. Hehehe. So, jetzt hab ich wieder was schießfähiges. Also, schneller geht's glaub ich gar nicht. So schnell, was sagst du denn jetzt nach? Die Moni, ne? Ne, äh, die Stadtgang. Ich versuche Alkohol mit, ich lass dir noch was auch in dir. Hehehe. Kion, von dem Mund werden. Schrotflinte ist lustig, wenn du die aus Ego-Perspektive abfeuerst, ey. Der reißt wahrscheinlich ziemlich hoch, ne? Ja. Oh, ich seh'n Zombie. Darf ich? Ja, mach, ich bin eh grad am... Ops, Beine steigen. Eieieiei, Krawallmach. Was ist denn das für ein Haus? Das kennen wir noch gar nicht. Die liegt gleich daneben. Äh, jetzt hab ich auch ne Double Rifle noch gefunden. Hehehe. Was kommt denn da für... Wo ist ne Hexor? Was kommt denn da für ne Moni rein? Äh, die normale, die Mosin kommt. Kommt da rein. Ah, ok. Davon hab ich leider nichts. Hab nur... Wo sind noch Wassertabletten? Kannst du was aus? Nur andere Munition. Dann bleibt die erstmal da liegen. Die sind auch noch Vitamine. Vitamine? Schmeißt du vielleicht mal ein paar rein. Schaden kann's net. Ich will die nicht mitnehmen, die Sau. Ja, Asche. Noch ein Koppel. Cooler. Boah, hier war's ein Glück, dass der Server gerade restarted ist. War so kaputt. Das ist schon echt cool für mich gerade. Boah, wir können hier ne Apotheke aufmachen. Boah, boah. Mach doch. Verdichte vielleicht noch ein paar Euro mit. Was, ein Bier? Alter. Hab ich doch ne Wasserflasche gefunden. Ja, ne. Keiner schlucht sind voll. Die sagen noch irgendwo Wasser und ein Blut, man muss ja nicht was drin ist. Wie heißt nochmal eure Stadt, wo ihr seid? Svetloas? Ganz oben. Svetloas? Svetloas, ne? Und dann... So garantien... Dino. Sup. Svetloas. Alles klar. Hey, haut der Kell ab. Willst du mir die Flasche geben, oder? Oh, ne, ne, ne. Dankeschön. So meine Wassertabletten. Hey, du bist an der frischen Orange vorbeigelaufen. Ja? Wuh-den, wuh-den. Egal, meine. Ja, ich hab eh schon gerade jemals gefordert. Ach, wie denn? So, komm her, mein Freund. Jetzt gibt's erst mal eins auf dem Mütz. Prima Ballerina. Ja, das trifft's gerade ziemlich. Da seh ich schon eine Feuerwehr-Axt liegen. Knurps. Au. Panky last. Ah, geil. Morphium, hallo. Du hast mich gehittet. Feuerwehr-Axt. Sehr nice. Der Tag kann nur besser werden. Ich hab Morphium gefunden. Na, wenn du was sagst. Weiß ich nicht, kann ich noch nicht aus Erfahrung von sprechen. Alter, was liegen hier denn hier so viele Wassertabletten rum? Da wo oben noch nicht. Da wo oben noch nicht. Oh, rein da. Liegel, nagel, neue Schuhe. Toll. Ey, wuhu. Wir werden russische Mütze. Kann kalt werden den Winter über. Ah, es schneidet nicht, ne? Winter is coming. Oh, toll. Jetzt hab ich natürlich Munition für die Mosin und für die Double Rifle. Toll. Deine und dieselbe Munition, Juri. Ja, deswegen sag ich ja und. Oh. Da ist ja ganz klasse. Und hier liegt noch eine Feuerwehr-Axt. Awesome. Flo, bist du draußen? Bist du draußen? Oh, wie geht's? Wo geht's denn hin? Engen Süden. Gott, weißt du wo Süden ist? Ja. Flo, fast jeder kann sich besser orientieren als du in diesem Spiel. Das ist nicht schwer. Das musst du leider eingestehen, das tut mir leid, aber... Links, 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 links. Was denn? Ich mein, auch mein Kompass ist hier Süden. Ja, ich will auch nicht direkt gleich nach Süden, sondern noch die Straße, wo du die Stadt laufen willst. Oder willst du gleich schnutscht halt vorne? Ich höre ein Zombie. Komm her, Kompass. Ich will ja noch ein bisschen hier, ne? Und so, überhaupt. Hast du wieder Shorty ausgepackt? Vielleicht ein bisschen. Das ist voll irritierend, wenn du läufst in der Ego-Perspektive, zurück geht von der Seite immer das Zweibein ins Bild. Boah, ich hasse das, wenn Zombies einfach so... ...durch die Wand gebackt kommen. Doch, du renntest nicht quer durch die Stadt, um den Zombie zu finden. Wer tut's? Ich hab auch nen Kompass. Gut. Ja, nehm den mal mit, da kann man sich gut. So. Äh, ich muss mich mal eben verteidigen, jetzt bin ich eben im AFK. Da klingelt's Telefon. Hat er sich in ne richtige Ecke gestellt. Nein, jubi. Ich versuch noch eben irgendwo nen Rucksack aufzugabeln und dann komm ich mal in eure Richtung. Also ich hab vor mit ihm die, äh, Küste ungefähr runter zu laufen. Ja, dann auf ich die hoch. Logischerweise. Ja. Ach du Scheiße, stehen hier viele Zombies. Wenn du noch ne Pistole findest, ich hab die zwei Magazinen, die du hattest, auch noch eingepackt, ne? Ja, ist doch gut. Ich spiele gerade Zombie-Killer. Wow. Und ich bin schon wieder einfach in ein Haus reingebackt. Das ist irgendwie schlimmer geworden mit dem ins Haus reinbacken, das war aber nicht so. Boah, hier sind die Frames so im Keller. Alter verdammt. Ja, das wär ganz cool. Boah. Flo, ey. Das hätte ich nicht fast weg gemacht. Er hat gesagt, er ist AFK, ne? Ja. Guckst du Richtung Ausgang und auf einmal kommt Flo um die Ecke gerannt. Oh man. Ah, die Zombies. Die Nerven. Scheiß Buggy Zombies. Die kommen doch einfach geradeaus hoch, das ist scheißegal, die kommen doch eh irgendwann nicht hinterher. Ja, ich wollte dir eigentlich gar nicht ganz sneaky umbrotzen hier. Ach, scheiße. Eigentlich soll ich mich wieder auf dem Test kommen. Du weißt, wie das endet. Ja, eben. Na. Oh, ich hab's überlebt. Aber in höheren Etagen kommen die zum wirklichen noch nicht, ne? Nö, die soll weit haben wir noch nicht gelandet worden. Aber die können durch die Ende. Norm. Da unten ist noch ein Haus, wo durchaus auch mal Waffen spawnen. Ich will irgendwie was anderes als die Schrotty. Da unten ist noch ein Haus, wo durchaus auch mal Waffen spawnen. Da vertraue ich noch nicht. Die habe ich noch nie gehabt. Ich habe die einmal gehabt und will die auch nie wieder haben. Ich stand ungefähr drei Meter vor irgendeinem Typen, der auf mich gefallert hat. Also ich habe zwei Schüsse abgegeben, nicht getroffen. Oha. Ja, ich denke mir halt gerade, das ist schon besser als gar nichts. Ja, das schon. Aber sobald er was anderes findet, dann nimm das nicht. Ja, aber wichtig ist gerade erstmal ein Rucksack für mich.